Ja, mein Name ist Jan Worm, ich bin Gründer und Inhaber von Mr.Tex und mache das seit elf Jahren mittlerweile schon. Zehn Jahre nebenberuflich und jetzt seit Januar hauptberuflich. Hallo, ich bin Simone, ich bin seit letztes Jahr im Oktober mit dem Unternehmen, habe das davor schon zwei Jahre in einem anderen Betrieb gemacht und bin eigentlich jetzt hauptsächlich im Bereich STICK verantwortlich. Unsere Aufgaben ist es in erster Linie unsere Kunden glücklich zu machen, sei es im STICK, im Druckbereich, da gibt es die verschiedensten Veredelungsvarianten, da geht es einfach darum, den Kunden zu beraten, dem Kunden das näher zu bringen, die unterschiedlichsten Varianten, die möglich sind und einfach, sei es die Mannschaft, das Team, die Firma, Philosophien einfach näher zu bringen und das im Druckbereich einfach umzusetzen und wiederzuspiegeln. Ja, natürlich, jetzt meint das Veredeln von Textilien, die kann man gut bis sehr gut, würde ich mal schon schätzen. Also wir beschäftigen uns sehr intensiv auch mit Materialien, was wir zusammenbringen, was zusammen gehört, was geht, was nicht geht und da kommt das Thema Beratung auch ins Spiel. Nicht jedes Motiv lässt sich irgendwie auf einem Textil umsetzen, so in der Form und genau das Thema beraten, den Kunden dann auch hier zu haben und mit dem durchzugehen und wie man es am besten umsetzt, das ist, glaube ich, eine Stärke von uns und das hebt uns auch voneinander ab. Herausforderung. Genau. Das, was die anderen nicht können, versuchen wir einfach, dass es hinkommt. Genau. Ja, mich interessiert am meisten das Thema Freiheit. Die Freiheit in seiner Entscheidung, etwas aufzubauen, etwas Kleines groß zu machen. Ja, das ist das, was mich am meisten reizt und was auch am meisten Spaß macht dann an der Stelle.